Hier geht's mit Elie Gella Elie Gella Elie Gella, du bist der Beste, Mann Ich liebe dich Herzlichen Dank, Elie Gella Ich bin großartig und ich sehe dein Video auf YouTube Kusan, danke für 25 Monate Du bist nicht bereit für den Bruch, du hast ihn verlernt Es ist ein anderer Bruch als sonst Es ist ja mit Eldos, Musti und Sydney Das ist eigentlich eine echte Scheißkombi So für meine Nerven Ich lese mir hier gerade die Regeln durch, Digga EA Sports FC, also drei Pro Club Wins, das ist einfach Wer wird Millionär? Loslassen Mario Kart, alle fünf müssen hintereinander 1, 2, 3, 4, 5 sein Ghost Watchers, Geist erraten, Klassiker Velo, drei Wins Velo, zwei Warte, warte, wie? Wir brauchen zwei Back-to-Backs in Velo Fallgeist 3 Wins, das ist einfach 5 Fortnite Wins, 20 plus Gameplay, das ist einfach in Fortnite, also ohne Win Irgendeine Fallgeist Map schaffen, also die von Weepers Und higher, lower, 20 Punkte Du willst ehrlich heute 30 Stunden streamen, ne? Musti, ich hab'n Ruf zu verlieren Weißt du, was ich schon für Challenges gemacht habe, Bruder? Ja, okay, lad ein, Lotti Ich habe Challenges gemacht, da würdest du dich dreimal im Kreis drehen, dass du die überhaupt aufschreiben kannst Lotti, Banane, weg Lotti? Was? Was ist Lotti? Ich hab Lotti gesagt Meinst du, Lotti mit Lotti? Ich hab Lotti gesagt Alter, direkt schießen? Ellos Ellos, belegst du dich an Ellos, oder was? Das Arbeitspapier ist wieder ein Stückchen weitergerissen, Ellos Sie gehört mir, die Banane gehört mir Ich habe ein schlechtes Eben Tisch mich, 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 Tisch Ja Oben ist du 150 Habe einen Der war 1-Shot Herz Einer ist dead Bravo Jungs Noch einer dead Nice, bravo Muzi Bravo Jungs, bravo Oh ja Dead Edis ist dead Muzi und ich haben geschafft Guck mal, du bist Toasty Schuss geholt, warum geht dann? Endos Ja, warten wir schon Oh, Jelly Endos, hinter dir Jelly Ja, ja, hinter dir, komm her Ich bin in der Zone Nein, 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 ich werd gejagt Nein, Endos Mein kleiner Arsch Herr Winkler, Bruder Herr Winkler Oh mein Gott Er ist, oder? Holt den Das war'n Digga, mach doch mal Platz, Mann Wie soll ich das machen? Mach dein' fett Arsch zur Seite Lass' relaxe in Ruhe Yeah Zwei gegen zwei, Jelly Ich hab' ne' Sniper, Sidney So wie ist das Schicksal Markier mal, wo die sind Lass' nach rechts mit links In die Zone schonmal Ich hau' den in die Hucke-V Du, du hast nichts Ah, ab Bravo Spray Einer cracked Nein, links, links, Sidney Nein Einer ist cracked, einer ist cracked Ich geh auch Einer ist tot Einer ist tot Bravo, bravo, Rosi Er ist tot Er ist tot Warte, chill, chill Ely Ely, chill Ely, chill Ely, chill Ely, chill Ely, chill Ich spiel' Rufus Ich spiel' Rufus Ich bin dranbleiben Ich hab' ne'n Schumgewehr und ne'n Sniper Klipp' den Scheiß Klipp' den Scheiß Habe ich ihn getroffen? Wow Ely Bravo, Goose Ich spiel' dich da hin, Ely Ely Ely, bravo, bravo Er konnte mir die Runde gewinnen Bitte Weil wir niemals aufgegeben haben Das ist ganz verboten Omi, Omi, Omi Hinter mir Ich bin tot Ach, Digga, von überall Ely, ich bin hier drinnen Hör mich hoch Warte, warte Wie viele sind hier Tschüss, Bruder Ich klasse mich hochholen Oh mein Gott Oh mein Opo Hast du was zum Heilen? Kann spauen, kann spauen Mann, Digga Ely, ihr Mords-Werbung drücken Sofort-Werbung drücken Wir müssen eins snipen, Bruder Wir müssen eins snipen Wir müssen eins snipen Es sind 3 gegen 4, Jungs Ja, weil wir sind gegen euch Ely, das wir müssen Erkennt euch irgendwo in Right-Peak Ein Einer dead Ja Wir müssen jetzt einfinishen Ne Einer ist Einer ist down Es sind 3 gegen 3 Ne, 3 gegen 2 3 gegen 2 Einer ist dead Oh mein Gott, bitte Ich hab keine Mets Zauber Right-Peak, Right-Peak Einer ist finished 3 gegen 2 Da ist er Oh mein Gott Na, der Fußball-Scan Der Fußball-Scan, der Fußball-Scan, Eldors Eldors, Uros, wenn du win Wenn du win hüllst, Uros Oh, was? Ey, das ist die Resident Die Resident Die Resident Du musst eins Sonst 3 gegen 4 Aber der hat alle geholt Das Team war der Wirt Ey, hier ist Gegner Oh mein Gott, hier Bitte bau zu Nein, bitte Bitte 22 Leben Bitte Komm her Friede 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 Hey, er ist One-Shot Hier ist einer One-Shot Hier ist einer One-Shot Ach, Digga Ich kann das nicht Einer ist One-Shot Der hat Medaillon One-Shot Ich glaube, er hat wirklich 2 Leben oder so Kann ich nichts machen Bruder Das ist Girl Alisa Girl Ein Leben, ich sag doch Also, Bruder, mein Gegner hatte wirklich ein Leben Ist das respektlos Mach mal aber schon mal bereit Jungs, bitte Eldos und Musti Ich seh jetzt Spaß Nein, Bruder Ich hab doch schon Spaß beiseite Mach Nein, 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 nein Du hörst mir zu Du hörst mir zu Ich kann das nicht, ich schwöre Du machst immer bereit Sonst flipp ich irgendwann aus Weil man verliert so viel Zeit Weil ihr Wichser Mach doch einfach bereit Er sagt Multitasking Mach doch einfach bereit Und dann macht ihr einen anderen Scheiß Du Was? Ich kann nicht Ich kann das nicht Ich kann nicht Relaxo mäßig Nein Er ist einfach für Schwarz Oben Burnrow Also wirklich Boah Noch ein Hundertsegen sniped Stark Ich bin Ich kann glaube ich von Ich komm da nicht hoch Jungs Elders, ich bin bei dir Wir müssen hier rein Ich bin dead Ich hab zwei Hundertsegen gesniped Ey das war's, ne? Nein, nein, nein Wir müssen Komm Mutzi Mutzi, schieß Was? One-Shot Oh mein Goooooooood Ein Pump in 8 Sekunden Ein Pump In 8 Sekunden Meiner hatte 19 Leben Hier oben Ali Hier oben Hier oben Komm doch nicht hoch Äh Ich hab runter zu schießen Ja, ja Schieß runter Jelly 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 Hä? Nachgeladen Nein Ne Aber gut Kann man nicht abbrechen? Keine Ahnung Lass den Busch Lass den Busch Oder nur Bots, Digga, Mann Ich schwöre Oder von wo halt? Cracked Ey, irgendwo unter mir Mann Digga, wie kann das denn sein? One-Shot, One-Shot, Bussi Äh, Sydney Noch einer One-Shot Hier auch One-Shot Das ist nicht One-Shot? Ne, okay, dann war's der andere 16 Kills, einer hat Donut Ich leider war nicht fair Alter Ich hab doch, ich hab doch fürs Team Bruder Ich hol fürs Team Sydney hoch Ich mach gut Damage Und du machst wieder so Du machst wieder so Einer, einer Krispy Kreme Aber ich sag nicht mehr Good Damage Krispy Kreme Donut Bratimo Also, ehrlich Bis jetzt, Eldos, sage ich Bist du der Schlechteste heute beim Performen Beim Win haben Sydney und ich abgeliefert Es muss bei den Wins Da, wo die Wins geholt werden Da muss performt werden Da ist noch einer im Wasser Ab zwei Bravo Noch einer denn Was passiert dir? Was passiert dir? 23 Kills Besser wird's nicht mehr Riede, Riede Wir hätten da hingehen können und die holen können Das war ehrlich, wir müssen nicht, Bruder Wir haben hier oben den besten Loot Ja, Jungs Also, zu viert Zu viert darauf Wäre nichts passiert Die waren alleine, Bruder Das war einer Ey, Bruder, putter Madras Ey, wir waren Fünfer kriegen Sind Fünfer Ticks? Das schaff ich nicht Das schaff ich nicht Ist das aus? Doch, du schaffst, du schaffst Nein Nein, ich schaff nicht, ich schaff nicht Oh mein Gott 1 gegen 1, Musi 1 gegen 1 Ja, Bruder, aber im Arm Warte, warte Oh mein Gott Blut, such Lauf, lauf rum Er ist irgendwo hier Oh mein Gott Aber du hast 10 Er muss zu dir, Musi Er muss zu dir, geh schnell in die Zone Und du hast High Ground Du schaffst es Bruder, shit Du darfst nicht einmal in die Zone rein, du musst Du hast kein Green Life Und kein Fall Damage Musi, vor dir, entlang, 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 entlang Ok, du hast es Musi Musi, schieß Yeeeey Gees 80, ey Dane 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 Mach direkt Mach direkt Mach direkt Mach direkt Mach direkt bereit War wichtig War klatsch das ist zu krass ich schon meine mutter das ist zu ich komme unter ich bin ja das älteres 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 17 das redet mit mir wenn einer kommt hier sind wo einer erst mal schaut stark bravo bravo jelly belly 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 wie viele sind es denn es war nur einer egal wir müssen eh gleich kommen aber das war erst hier drinnen als wir ging nein es kommt wieder rein kommt wieder rein oh mein gott wieder ein es wurde gekriegt nervig sind diese eisdinger tschüss ich hab's hardcore crack wo dahinter baum hinter baum gut gut ist weg einer deiner und dem wasser ich weiß hier ist noch einer noch einer der 3 gegen 2 warte lasst uns oben bleiben wir bleiben nach oben vor mir hit uns hit uns hit uns hit uns 3 gegen 1 finish unten nach unten ok so spielt man das so spielt man das meine fresse bruder warum wirst du denn ich sag doch gut igl gemacht warum bist du so ein schlechter teammate bruder das ist noch kein einsatz bei delay sports weil du scheitst ja smash everybody zurück zur lobby wir haben das übertrieben gut gespielt hier was ist denn los bei dir fritte wo bist du eins und eins das geht schnell bei uns guck mal meine story mein pc norman kurz als erklärung der hatte im blackstream beim fortnite spielen hat die leute noch gehört jetzt wenn er den pc restartet kommt er direkt immer ins bios und nichts passiert der mann hat mir meine pc zusammengebaut hört mal jetzt zu welcher pc ist das gleich wie die anderen auch oder ja 11 gen intel core 3 achso ok ok ich habe auch schon gefragt mit reis bruder also wenn dann musst du irgendwie den pc jetzt mal aufmachen und mal gucken was für eine festplatte da drin ist ja da erkennt er nichts und dann müssen wir gegebenenfalls mit einem anderen rechner ein windows usb stick machen falls da noch eine zweite platte drin ist wollte ich auch gar nicht und was kann er in der zeit irgendwie auf insta light also er muss ja er muss ein pc aufschreiben aufschrauben ja man muss halt gucken was für eine platte das ist um zu schauen was da los ist aber der kennt die festplatte einfach nicht ok roat du bist bereit du bist bereit nein ich spiele meine fallen karte ey ich muss auf klo kann ein bisschen länger dauern nein mann ey nein 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 mein hamster hat geburtstag jungs mann digga ey du das ist echt ihr seid bruder das ist wirklich unkorrekt ich werde mich da hinsetzen und ich werde eine watch party des grauens machen wenn die ihre verfickte challenge machen wir spielen eine runde fortnite dann machen wir wer wird millionär dann gehen wir in velo oder fallgeist rein das ist jetzt der plan das ist jetzt ein kleiner rückschritt aber wir werden aus diesem loch herauskriechen und deswegen habe ich das beste mindset auf twitch ok ihr drückt jetzt verfickte scheiße nochmal bereit ähm ja die sind beide fullmute das nach der ansprache sind die fullmute gegangen ne die waren davor gab ich schon fullmute Rebooter dahinter was sagt dir wer ist der Rucksack? äh wer ist der Anker? Anker? äh ich sag's so äh ich sag's äh hm was sagst du Musi? ähm ich hab grad das Taschentuch in der Hand sag's äh ja ok ja ich ja ich aber jetzt er hat um sie carried deswegen ehlig ihr macht 25 minuten alleine wenn ihr es schafft gibt euch Sydney 1000 Euro hat er gesagt und wir also und ihr dürft wenn ihr dann einen Führerschein habt sobald ich hier sitze ihr kriegt eine Woche den Urus und könnt damit machen was ihr wollt ihr könnt fahren macht euer Ding und ich geb euch Block ey ihr müsst immer abwechselnd ne Antwort geben Doping Doping achso ich dachte zusammen einfach Doping ey Willi steigst du auch in die Wette ein? wir machen wer wird Millionär? äh Musti und Eldors machen jetzt 25-30 minuten alleine und Sydney meinte wenn die das schaffen kriegen die 1000 Euro ja von mir auch ich mein von dir auch 1000 Euro ja also von wir sind eine Million ja sie müssen eine Million eine Million ein Dünner hersteller hat sozusagen ein Bistar ja Bistar ich mach auch 1000 von euch und wenn nicht Musti wenn ihr beides nicht schafft müsst ihr an uns 3 Entschuldigungsvideo machen auf Toilette ja es war einfach unglücklich hat halt wirklich und Friede nimmts an setzt sich auf die Bank und nimmt die Punktpräge mit nimm die Punktpräge mit was ist hier die Antwort? was haben Nase, Berg und Buch? drauf ey Jungs ich bin grad ein bisschen schockiert nein ist nicht drauf oder? 1&1 danke dass ihr die 2 mitgenommen habt an der Stelle ja die Challenge geht bis hier grade komplett auf ne wir schaffen das Wahnsinn ey Mutti Bruder du bist wirklich aber ein Toasty ey dann mach bitte mach bis eine Million bitte mach ich glas die ein wenn du machst mach wen sollte man mit Hilfe des passenden Werkzeugs anziehen? man Bruder was? meine Frache was freu ich dir? er sagt man Bruder was? ey Mutti schon ich weiß es nicht mach Mofa Onkel oh ey manchmal freu ich dir Mann Bruder Mofa jeder schmeißt immer seine Gedanken rein es gibt keine falschen Antworten mords jemand ohne rein guck mal wie er da die ganze Zeit sitzt ich hab Mozilla Firefox da ging irgendwie weg ach mei ihr seht's nicht mal der sitzt da hat sie zu beidem überkreuzt und isst die ganze Zeit Sonnenblumenkerne? ja ey das war's Setney machst du an? Bruder das kann ich nicht mehr dieses Nerven, dieses Tasten machen uns immer richtig kacke Musti ja Hayat dein Leben ist Hayat he? Wala ich wollte ja Chai machen Wala mein Bruder Hayat Musti wenn du dir Chai machst ich schwörs dir dann hast du mich verloren ich bin da ich bin da ich bin da ja ich bin Illi weiß das ach Illi ich musste grad die Qualenfrage wir haben noch drei Joker wer spielt in Giganten an der Seite von James Dean? alter Film Dustin Hoffman von Newman kannst du wieder nicht? nein Al Pacino ich weiß wer das ist aber ich weiß nicht was Giganten aber Jungs also so oder so würde ich jetzt immer alle Joker benutzen wir haben also so oder so ich nehme einen von denen ja mach in diesem Meisterwerk aus dem Jahr Dennis ok warte wir haben eine halbe Million ein welchen Roman veröffentlichte Nobelprecher Hermanns Hesse Scheiße ey Jungs wir haben's Geld ne? ja wir haben noch beide Joker ich auch nicht ich sag Joker also so oder so Joker ja das war's GG's yes yo achso wir haben gewonnen hä lol ich dachte auch wir haben noch eine hä? lol ok wir sind Millionär wir können das machen was sollen wir tun unser neuer Hauptpartner nicht nur unser neuer Partner sondern auch unser neuer Hauptpartner 1&1 immer wieder besser wählen sie ihr Samsung Smartphone kannst du hier das Handy aussuchen dann stehen hier halt auch so die Sachen die das Handy so drauf hat und auch den Preis plus aber auch hier einmalig 0 Euro mit dem Angebot und 10 GB monatlich könnt ihr hier zum Angebot und da steht hier alles Samsung Modell im Vergleich ist ja auch nochmal am Start könnt ihr gerne euch mal rum klicken wir sind sehr froh dass 1&1 bei uns am Start ist und wir mit so einem großen Unternehmen zusammenarbeiten können 1 Meter 1 Meter 1 Meter und Reboot irgendwie geht nicht die haben mich in den Lotte du musst mir Deckung geben nein das geht nicht die sind bei mir nein das geht nicht die sind bei mir hinter dir Digger 14 Millionen Leute Gehtner vor dir Achtung maybe auf den Zug aufsteigen maybe auf den Zug aufsteigen maybe auf den Zug aufsteigen nein Mann Bruder tut mir eh den Kopf alter verwirrtet 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 oh mein Gott oh das sind 2 Gehtner die sind richtige Feinde bei mir ey los da sind 4 Leute unten ja Bruder das wars ey das wars das wars wirklich der hat mir gegen Bot oben kommt Eldos rein Na Platz Eldos ey bitte killt die bitte ey der chillt Bruder schieß auf Schild hab einen ey ich brauche unbedingt heal Mann Digga ich hasse es er snipet da rechts hier ist keiner mehr hab den hier oben ich brauche nur Rohpunkt eier Boi einer dead dead noch einer dead ist noch einer noch einer oben 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 einer ist noch hier links ey halt ab ab einen ich dachte wir werden jetzt vielleicht zertbar ihn pass auf ey f1 shot 1 shot bitte 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 die sind zu zweit Jungs hier oben 110 bravo bravo einer dead einer dead lass pushen jetzt ne wir müssen jetzt schild pushen jetzt zuviert aber es ist 4 gegen 1 Bruder schild er noch kommt wir gehen Zitto guck aus Ferne bravo bravo gooo gute Runde gut bravo hier bravo bravo Da! Guter Hit, Mustafar! Schön Mustafar! Geh auf Finish! Redner! Hinter mir, hinter mir! Hinter! Nimm! Nein! Er kommt, er kommt, er kommt! Da kommt einer rein, Jungs! Da kommt einer rein! Da kommt einer rein! Eine Pump liegt hier! Eine Pump ist weg! Da ist einer vor euch! Äh, was? Oh, schade! Ach man, Bruder! Pass auf, dass du dich nicht zeigst! Egal! Schöne Sache! Zurück zur Lobby, wir müssen was machen! Schnell, schnell, schnell! Prüf mich! Komm her! Hand, Hand, Hand! Ja! Musst du? Du musst ein bisschen ablenken, Musst du? An meinen Schwank? Es ist, äh, 3 gegen 4, Jungs! Musst du wird erst gekillt! Es wird der ewige Zweite! Nein, die sind oben! Es ist 3 gegen 4! Was los? Da stehst du auf, Musst du! Musst du! Musst du! Musst du! Musst du! Oder du kleiner Hurensohn! Moin! Mann, Rohr, du bist so ein A-Ding, ey! Verlaben! 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 Jetzt war das! Fett hier hinten! Ah, das war's! Ei, Bruder! Wie unnötig wieder! Wegen einem Team! Die haben aber auch! Die haben auch die Zone! Die haben leider auch die Zone gehabt! Die haben leider auch die Zone gehabt! Irgendwelche! Na! Irgendwelche! Ermin! Ermin! Deine Schwanz! Die haben beide Grenzen! Kommt alle! Oder ich schwör, du brauch 10 Jahre, um dich einzuladen! Ich hab so Entzündungen hier! Also, also jetzt mal ganz kurz! Jungs, bitte! Ich warte jetzt hier! Ich hab die ganze noch eine Einladung! Schon wieder die ganze Zeit! Und es fehlen wieder! Als letztes! Mustafa Emre Chanka! Ich bin doch hier! Du kamst als letztes rein in dieser Lobby! Und du bist der Einzige, der Eidos einladen kann! Und du lädst ihn nicht ein! Oder guck bitte! Wie? Dann sag es doch mal! Bist du Chanks im Kopf, oder was? Was kommt so rüber? Wir uns hier die ganze Zeit unterhalten! Also einer von uns muss Set spielen! Wirklich! Einfach für Healing! Für Hochholen! Ich mach eine Round Sage! Dann müsste Lara holen! Oder so! Lara können wir nicht holen! Dann muss ich Rohat holen! Oder Omed! Wenn wir Lara holen! Dann hätten wir uns das hier alles auch sparen können! Ey, das cover mich! Ja, Jungs! Das ist es jetzt! Kommt! Versuch den Nutzerkinder einen Versuch zu entschärfen! Hä, was machen die? Warte! Bleib da! Bleib da! Bleib da! Wir sind Angreifer! Ist A oder was? Hey, los! Geh, 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 geh! Scheiße! Ein Gegner übrig! Wo? Wo? Redet! Weg, weg, weg! Ich schieße! Hey, schieße! Lass mir einen Moment Zeit! Jungs, wir müssen nur verteidigen! Keiner muss angreifen! Boah! Stark, stark! Unten, unten, unten! Unten in den Gang! Unten in den Gang, Jungs! Unten in den Gang! Vor dir, rechts! Bravo, bravo! Lade nach! Wo ist das Ding? Jungs! Ihr könnt mit Z-Standardbein pingen, wenn ihr was markieren wollt, wo wer hingucken soll! Mit Z! Danke sehr! Bitte, bitte, bitte! Das war's! Pull mich schnell hoch, X! Dirk! Du musst rein! Du musst rein! Eldos, bitte! Was machst du? Ein Gegner übrig! Bei ihr am Boden! Decker! Entschärf! Boah! Klatsch! Nein! Nein! Das geht sich aus! Zieh durch! Das geht sich eh aus! Boah! 0,01! 7,14 Willi, das ist das auch einfach nicht! Frag mal Eldos, wie viele Kids hast du durch mich gemacht? Eldos, sag's mal bitte! E, die auf B! Oder Kills? Es ist egal! Ja, ist auch egal! Aber trotzdem! Wir gewinnen ja nicht mal! Wer sagt denn das auch? Wer bin denn jetzt? Ja! Ich muss sie bitte, reg mich nicht auf! Muss sie reg mich nicht auf! Muss sie reg mich nicht auf, Digga! Was? Irgendwie irgendwie... Du kleiner Semmel, Digga! Ich sag dir zehnmal, wenn einer auf mich schießt! Ja, ich mach zwei! Ja, ich mach zwei! Ja, ich mach zwei! Ich mach zwei! Dahinter! 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 Ja, bei Willi! Bei Willi! Ich gucke euch auf der Spur! Ich gucke euch auf der Spur! Ein Gegner über! Bravo! Bravo! Rotzau! Ich geh direkt auf Plant! Und Willi macht Gifting! Ich gucke mit dir mit Sniper! Gifting! Ey, das macht der Mann eine Mauer da vorne hin, dass ich links rumlaufen kann! So, ich... Warte! Ich bin gleich raus! Ja, das geht! So, ne? Oh, das ist alles verwirrt, Jungs! Ey, das ist alles verwirrt, Jungs! Ey, das ist alles verwirrt, Jungs! Ich bin tot! Mach deine Ult! Mach deine Ult! Ich hab Spike! Willi Ult! Ich ult! Ich ult! Ich ult! Ich zeige mich da! Sie werden sich folgen! Ich zeige mich da! Sie sehen mich? Ist der der? Geh in die Wolke! Geh in die Pupswolke! Geh in die Pupswolke! Geh in die Pupswolke! Geh in die Pupswolke! Vielleicht irgendwo, wo keiner von hinten kommen können würde ich! In der Pupswolke! In der Pupswolke bleiben! In der Ecke da drin! Nein, Bruder! Einer ist ohne! Sieht mich aber magisch! Ech, psch, psch, psch! Einer ist in der Wolke! Einer ist in der Wolke! Einer ist in der Wolke! Einer ist nah! Hat mich, hat mich! Hat mich, hat mich! Letzter Leben der Verbündete! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der geht ein Schöner? Doch. Rupen! Das klappt! Rupen! Oh mein Gott! Knapp! Jaaaah! Da bin die Rupen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist nur einer! Ich mach meine Roll einfach da drüber! Ich ich mach meine Roll! Ich mach meine Roll! Mach Roll! Ich hab da drüber angemacht! Die denken wir sind vielleicht drüben! Oben! Er ist weak, Willi. Zusammen rein. Ab! Yes! Yes! Gute! Bravo! Ich hab einen Mitte, Double Door. Ich brauch Hilfe. Hab einen, hab Spike. Jungs. Ab drei. Boah! Bravo! Sag, wer dich zu machen soll. Ich hab ne Band für dich. C long. Mach mal zu, mach zu, mach zu. Du kannst sagen, wann wieder auf. Was? Das war random. Er hat einfach durchgeschossen. Bekommen sie mit wie eh die Jadoine jetzt. Letzter Leben der Verbündeter. Nö. Du spürst die ganze Pamp. Guck meine Kills. Ja. Go, Tom! Bravo! Bravo! Spray! Spray! Ich... Ey, das macht dir das Geld. Ja, ja, egal, egal. Was? Ey, das ist krass. Ehrlich. Rainer ist... Sehr schön, Elders. Elders, bleibt der weg. Bleibt, guck nur... Einer kommt doch von C. Ein Gegner übrig. Rainers Rest. Er muss bei Mitte oder hinter dir im O.C. Du hast sie doch gesehen, Elders. Der wird wahrscheinlich nicht rechts kommen. Jaja, aber ich glaub, der ist er. Filt wird gescannt. Ohhhh. Sehr gut. Ey, Brutz, ich kann grad wirklich nicht. Dann leg dich hin. Okay, wer kommt? Wer kommt dafür? Nein, zocken liegen. Mumusi. Also, ich lass alles durchgehen, aber hinlegen, sorry. Elders verstehe ich, aber du Stück Scheiße kannst da sitzen. Du legst dich nicht hin. Du musst mal überlegen, Willi, der macht den ganzen Tag nichts. Ich weiß. Und streamt jetzt 11,5 Stunden. Du weißt, dass... Das ist... Bruder, ich sag doch nicht, dass ich aufgib, ich sag nicht, dass ich fünf... Also, egal jetzt. Was bringt dir denn fünf Minuten zu schlafen? Okay, lass mich jetzt. Oh. Guck mal dann auf dein Handy, Insta. Gut, du musst sehen, ich bin... Hoch, hoch, hoch. Oh mein Gott. Bruder, aber... Ich bin... Ich bin... Ich bin danach. Ja, warte, derjenige darf bei den Kniffligen entscheiden. Bei den Kniffligen, sag mal. Okay, okay, ja, okay. Wenn wir uns nicht einig sind. Unterabend. Hoch. Ist halt runter. Bruder, Allowance Taylor. Ich spiel Sage für die Gruppe, ja. Und jetzt sag lieber Abi zu mir, bevor ich hier reinintele, du bist morgen um 12 Uhr hier gesehen. Warte. Boah, ich habe zu dir gesagt, du musst vieles passieren, du bist jünger als ich, sag zu mir Abi. Okay, dann bitte ich jetzt. Ey, Cello, du hast es gehört, ne? Mann, Cello, er ist jünger als ich. Er ist jünger als ich, er ist jünger als ich. Ich will hier um euch zu helfen und der kleine Edi macht irgendwelche Ansagen. Mann, der kleine Edi, Bruder, du Dengel. Ja, okay. Ich werde hier rein, du kleiner Hund. Und dann wirst du sehen, wie du hier morgens bis um 12 Uhr sitzt. Wirklich? Du bist jünger als ich, zwei Jahre. Ja, hast du vielleicht. Aber ich bleibe, ich bleibe bis übermorgen mit Cello. Ich bleibe bis übermorgen mit Cello. Und? Ich brauche dich nicht. Ja, du brauchst mich nicht. Schön gesagt, schön gesagt. Er bleibt mit Cello bis übermorgen, weil es sein muss. Ey, das ist die ich in Dubi. Aha! Ja, guck mal Sidney an. Ach, ist das krank. Oh mein Gott! Nein! Da wurde Stecker gezogen! Du hast übertrieben. Nein, er hat niemanden aus. Mann, Jungs. Hey, Sidney hat übertrieben. Du hast übertrieben, Sidney. Das ist übrigens wirklich übertrieben. Jungs, was machen wir? Geben wir B und ich mache Wall? Musti, nein, bitte. Ich schwöre, ob du's gut gemacht hast. Ach, Musti Stream auf. Nein. Ja, aber Ingle, bist du da? Nein. Oh. Nein. Okay, kommst du. Kannst dich bewegen? Ich werde hier nachher nachher alleine sitzen. Probe. Ach, Digga. Spike in Mitte. Mann, Bruder, ich schieße auf jeden. Ach, Messi soll sich ins Knie ficken. Bruder, er hat 24. Wir müssen ihn nur killen. Wir müssen nur ihn killen. Digga, ich bin kurz davor, sie in Chat wieder zu beleidigen, ne? Ich bin 28 schon. Richtiges Opfer. Wie kann man... Was machst du hier in dieser Lobby? Nein, Bruder, die muss drin sein. Wie kann man das wissen? Rainer lebt noch, Rainer. Ja, Rainer ist außen, hinten. Pass auf, pass auf rechts. Ah, nein, da nicht dran. Wo ist sie? Ach, Bruder, er hat 32 Kids. Ich bin made in. Ist mir egal. Da ist Rainer. Wo? Hier oben? Oh, da oben, ja. Halt durch, halt durch. Da, ja, Musti, da. Links. Links. Nein, musst die, muss die da hinten? Höhle, wohle, hinten. Da, hinten, jetzt rechts. S % Jungs wir können jetzt aber auch wenn ich's von mir kommt wir müssen bleiben also die ein das Velo müssen wir fertig machen ich sag elders wird nicht wird nicht da sein Bruder der ist eingeschlafen und dann sitze ich hier nachher um fünf Uhr mit muss was hat was haben sie sich dabei gedacht das ist ein VIP warum will Willi Bucher obwohl er selber nicht mit macht Ennis ich hab mit dieser ich will mein Bett warum will ich Bucher weil er Pro ist wenn ich mir Christian Ronald uns Team holen kann oder Messi dann hole ich ihn mir doch alles ist einfacher du hast halt weniger die mitziehen müssen bitte nur du und ich was ist hier ich bin auf LSD was Bruder was das ist das habe ich halt nie in meinem Leben gesehen hatte März alle da alle da meine Olde ist noch mal Mert Spike in Mitte Adam Sinnen mach weiter Adam Sinnen mach weiter Adam Sinnen schieß schieß hatte Mert Abimullager sehr schönst Bravo Bravo das meine ich Bravo doch geht's hier aus geht's hier aus geht's hier aus geht's dich nicht aus haha mehr kann ich nicht machen ja Konzentration oder so machen alle zusammen direkt B direkt B planten Mann Bruder Mann Bruder oh nein Digga wenn wir das verschenken bitte jetzt Arm oh nein Digga nein das darf nicht sein das darf ehrlich nicht Bravo Moritz ey Broravi du musst dem ehrens Robert jaja yyyyyyy Bruder aktuell achiele er killt mich Nimm meine äh 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 muss ich nimm meine Ops ich bin tot Eldos nimm meine Ops Oda warte Eldos Eldos nimm meine Ops Okay? Wo ist der Lamm? Für den läuft einfach Marathon. Okay. Sofort raus aus dem Game. Machen wir weniger. So, wir looten uns jetzt hoch auf 200. Und gehen dann in die Ecke. Schält sie mehr. Schöne Arme, maneli. Weniger. Mehr. Muss sie tot. Oder wir können direkt rausgehen. Arte, ich bin abgehauen. Chill. Weniger. Ich weiß, dass ihr nichts seht. Es passiert nur gerade nichts. Mehr, mehr, mehr. Weniger. Wer ist das? Boi. Stark. Mehr. Mehr. Oh mein Gott. Aber da mehr. Muss. Muss mehr sein. Weniger. 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 Bist du sicher? Bist du sicher? Du willst 27 Wochen gameln? Ja. Weniger. Wir sind bei 11. Okay. Stark. Boah, ganz stark. Mehr. Mehr, mehr, mehr. Mehr, mehr. Leo. Ich sag. Ich sag. Weniger. Ich sag. Auch weniger. Warte. 15. Ist ja auch eher weniger. Boah, stark. Magic Johnson. Wider schwer. Digga. Wird es immer schwieriger? Jetzt mal ehrlich. Ich sag. Wär so. Ich, ich würde eher auf weniger gehen. Komm. Ich sag. Ja, okay, komm. Oh mein Gott. Bravo Jelly. Guck mal, wie die uns rasieren wollen. Hoch. Bochi mehr. Komm, komm, komm. Hoch. Okay, jetzt gehört irgendwas ganz wenig. Runter. 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 Noch einen jetzt. Noch einen. Wenn wir das jetzt falsch haben, flipp ich aus. Oh, da flöte. Ey, wegen noch mit dem Augenchen. Ist ein Instrument, Bruder. Ich sag mehr. Also wenn du meine Stimme... Ich, ich, ich sag auch mehr. Voll, da die Gitarre und Piano. Ich sag auch mehr. Mach mehr. Muck, was sagst du? Mehr. Richtig. Boah, also guck mal, wie knapp. Das sind knappe Dinger kommen. Weniger. Fertig? Ja. Ja. Bei mir, ja? Na, ich hab bei mir, äh, bei mir war etwas. Bei mir, bei mir, das war ich, das war ich. Ja. 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 Don Dennis ist bei mir im Chat, ne? Das war ich. Ey, Bruder, das wird eh nicht. Das bin ich noch nicht, Bruder. Ich guck ihn noch extra an, das fliegen. Das ist Anzeigebank bei dir. Wer ist denn der, Banane? Egal. Lass dich pushen. Lass los, Banane. Ja. Ja. Ja, den können wir ficken. Lass los. Lass los. Oh, der ist weg. Lass auf den. Scheiß auf den. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Zwei Stück. Gibt zwei Stück. Ich werfe Brug. Ich hab minus 70 gegeben. Ja, chill. Pass auf. Es sind drei, es sind drei. Nicht peaken, nicht peaken. Bruder. Rennen wäre geil. Sieben? Fünf. Ja, also sieben Gegner. Vier Teams. Vier Teams. Ja, sieben Gegner. Runde kommt. Müssen. Hier ist vordere Busch. Hier müssen irgendwo... Die fighten, die fighten. Naja, lass die fighten. Lass die fighten, lass die fighten. Ja. One shot, one shot, white, 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 white. Nice. Wie Marlon ist drin? Ich glaub, er ist der Letzte. Was laberst du? Ja, Marlon. Mann? Ja. Ihr habt einen Sohn. Wo bist du? Und der Sohn kommt gerade hoch. Da ist er. Oh mein Gott, mit Schere. Oh mein Gott, Marlon. Ja, da sind zwei. Da ist noch einer. Ja, da ist noch einer. Hä? Das ist mein Boss. Wie ist? Ist das krank, Digga. Ist. Das. Krank. Also Edis ist, glaube ich, eines der stärksten Menschen, die ich kennengelernt habe. Er hätte das falsche Person ausgesucht. Bruder, nimm doch mich. Warum isst du hier? Warum? Nimm jeden. Er lacht. Er lacht gerade, ne? Aber Bruder. Weil er Edis der Schmale ist. Oh mein Gott. Ey Bruder, es geht hier ab. Ja, es ist so egal. Ich bin schon auf dem Letzten einfach. Egal. Ey, das willst du? Ach sogar. Bruder, du bist 2. geworden. Es ist so krass, diese Lobbys sind so heftig. Was willst du von meinen Eiern? Du musst die versuchen, was das hat. Eli, bei dir sieht es gut aus. Eli, was willst du von mir? Schaffe ich nicht. Eli, halt und unter dir blau. Unter dir blau. Du bist alleine unter dir blau. Ja, ja. Und du hast noch einen gelben. Ja. Gelb? Genau. Yes. Bravo, bravo. Ja. Er hat eins von drei. Ich kick das nicht, Bruder. Bruder, der hat null Punkte. Das geht gar nicht. Weiter laufen, Bruder. Es gibt auch ein Ende, Bruder. Bruder, komm jetzt ja, du kleiner Peach. Komm jetzt ja. Komm mal. Komm mal, Bruder. Komm mal. Es geht nicht, Digga. Jungs, die haben alle wenig Punkte, ne? Die haben alle wenig Punkte. Ich hab jetzt. Ja, jetzt. Oh, das ist gut, Entschuldigung. Am Ende kriegt der. Eli? Hinter dir, hinter dir. Eli? Oh, ja. Oh mein Gott. Nein. Nein. Bruder gleichzeitig, Harald. Ey, wir haben 50 Prozent. Nee. Fast. Dreier Finale, Digga. Drei, also drei Leute im siebener Finale. Jungs, das muss jetzt sein. Ich will den Huhn festhalten. Ich will den Huhn festhalten. Aber das ist schwer. Huhn weg. Rausgeflohn. Jungs, was? Weiß und ausgeschieden. Ich soll festhalten. Wir sind raus. Wir sind raus. Wie unfair? Was denn? Oh mein Gott. Ich hab's voll schon rausge... Nein, doch nicht. Wurde, wir können nichts machen. Ich... Nein. Das ist so eine Verarschung. Mach nur, wenn du dir sicher bist. Was schwörst du? Das ist so unfair. Das ist einfach so unfair. Oder Ikadi. Ventilator längst? Ja, wo du spielst gegen Jeko und tat ich gerade. Ja, nein. Hä? Oh mein Gott. Ich hab einen rausgekickt und dann bin ich selber raus. Ey, soll ich diesen Peach hier festhalten? Nein, nein, nein. Mit Stirnband? Noch nicht. Halt einfach fest. Halt ihn fest. Bruder, ich kann mich abfahren. Ja, ich glaub ich geh auf diesen Bastard. Weil guck mal der geht auf Eli. Ah, dann ist die Kim. Ich bin gestorben. Nein, Merd, Merd, Merd. Ey, ich bin auch tot. Ey, Jungs. Wie ist das möglich, Bruder? Nein, nein, nein. Warum spielst du nicht ganz normal? Ich versteh das nicht. Oh mein Gott. Der ist links durch. Der ist links durch. Ich hab gewonnen, glaub ich. Ja, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Bravo, Mutti. Bravo, Jungs. Ich finde, wenn wir das durch haben, jeder ein Handy. Oh mein Gott, Degas. Cedric ist drin. Schan, zwei Minuten Werbung. Ein richtig hobbyloses Kind. Mutti, da ist ein Patricks Kind. Bruder, ich sag ehrlich, es sind nur noch fünf Leute drin. Guck mal, wie aggressiv. Guck mal, wie aggressiv, Bruder. Guck mal, wie aggressiv. Ist vorbei. Ganz vorbei. Ich sing nicht. Komm, jetzt musst du schweißen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast Zeit. Du hast Zeit. Jetzt. Jetzt. Bruder, was hat der eine da gemacht? Aber was ist da gariert? Aber was ist da gariert? In der Roja? Nein! Ich weiß nicht, ich habe Angst. Mann, ich kann diesen Ich kann, wieso kann ich diesen Hammer nicht mehr, Bruder? Ich ficke meinen Ja, sag. Ich habe einen zweiten Checkpoint. Du bist auch hier, geht gut. Boah, warum? Das fickt mich immer so krass, dieses Ding da oben. Warte, Jelly. Warte, Jelly. Ja, ich weiß nicht mehr, wie das beim zweiten ging. Ich weiß nicht, wie dieser zweite, wie der zweite Sprung ging. Ach, scheiße. Ich werde hier von Hammer auseinandergenommen. Ja, dieser Hammer ist so ein Wichser da oben. Guck mal, haha, er fickt mich in den Hals. Ich kann den auch nicht mehr. Wie geht dieser Hammer nochmal? Mann, das war früher nicht so. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben. Nein, ey. Wie war das nochmal oben mit dieser Wrecking Ball? Du musst ganz links und gerade wenn das an dir vorbei geht, dann musst du... Das sechste Mal hat mich dieser Hammer da oben weggemacht. Nein, Bruder, das ist doch verarscht jetzt hier. Ja, die Schaukel ist das Schlimmste eigentlich. Bruder. Nein. Jungs, warte. Ja, ja, ja... Eli? Der Gotti. Eli hat's geschafft. Eli hat's geschafft. Drei Sekunden zu Ende. Yes. Oder Game of the Year. Komm mal, wieso? Bruder, kurz vor Schluss. Wir haben drei Wins im Pro-Club. Bruder, wenn wir die nicht holen, dann ohne Witz. Dann ist es wirklich zu Ende. Wir spielen hier mit zwei aktuellen E-Sportlern. Ein Ex-E-Sportler und einen türkischen Schwitzer. Das müssen wir hinbekommen. Mit Fener-Wappen. Jetzt durchschicken. Mach alleine. Bravo. Gut, 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 gut. Guck mal, was für ein... Mitte. Zimmermann. Bruder, was waren die auch? Acht-Satz-Fälle? Hier. Bravo. Bravo, Jungs, bravo. Was waren die auch Acht-Satz-Fälle direkt? Einfach toll. Spiel Erdos? Heuerstack. Erdos, ich komm kurz. Ach, Bruder. Ey, Matt, wie lustig war, dieses Bruder auch zu schauen so von außen in den Ding, in Vlogs. Bruder, hart. Das war krank. Erdos, straff dich. Boah. Ja, normalerweise so um 20 Uhr. Aber heute hatte ich ein bisschen Kopfschmerzen. Deswegen hab ich länger geschlafen. Bin um 12 erst live gegangen. Null Uhr. Zimmermann, Junge. Und das ist mein Tod, Junge. Ich find's halt krass. Es gibt zu jeder Uhrzeit eine andere Community irgendwie gefühlt. Nachts ist ganz geil, aber auch vor... Ich schwöre, ich bin... Oder Nachts-Community ist die geilste. Ich bin aber heute und gestern so vormittags angekommen. So 13, 14 Uhr ist auch ganz lustig so. Sind auch ganz andere Leute. Nenn mir bis heute ein Zimmermann, der in sein Leben einen, äh, Freiburgstier gemacht hat. Außen? Keine Ahnung. Kein Absatz. Ja, einfach. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Das scheppert. Ohhhhhhh. 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 Okay Jungs. Erster Win. Wir müssten ein Tor machen bitte. Warum? Warum ist das Ergebnis 6-1? Für DIN einen Dank für 23. Ich spiel'n so wenig Leute in FIFA mittlerweile. Na ja, Pro Club um 7 Uhr 42. Auf Mittwoch spielen nicht so viele, nee. Okay, Jungs, zweite Win. Lass uns versuchen, schnell hier den Deckel draufzumachen, dann quitten die vielleicht. Ich deck mich. Ja, nochmal. Ja. Bravo. Bravo, Jungs, sehr super gespielt. Macht es, kipp, kipp, kipp. Oder kriegst du denn sein Lahn? Jungs, wir spielen Müll gerade. Jetzt. Chill. Muss rein. Gut, sie. Yes, bravo, bravo, bravo. Einfach, einfach haben Müll. Hier. Ja. Illegener. Tschüss. Tschüss. Zimmermann, aha. Hier, genau. Go, Zimmermann. Go, Zimmermann. Tate. Dass es da nicht ungewöhnlich ist, dass die da einfach auch Waffen haben. Oh mein Gott, Bruder. Was ist das für ein Tor, Bruder? Kein Stress machen. Du brauchst ja nur jemanden treffen, der gerade irgendwie auch drauf ist oder so. Ja, Bruder, da ist doch fast jeder drauf, Digga. So Crackheads und so, Junge. Nein, Jungs, 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 Jungs. Spielst du IV, Spielst du IV, X? Ich fordere uns nicht selber. Ich spiele X. Ich fordere uns nicht selber. Er wird umknicken, guck mal, wir umknicken. Okay, gut. Warte, ich muss erzählen. Das ist das Arbeitsverhältnis zwischen mir, Eldos und Musti. Nee, guck mal, Musti, wieso? Nüchtig. Oh mein Gott, wir sind drin. Ja, ich muss dir wieder spielen. Ey, Musti, Cheeseburger. Halt die Fresse, du kleiner Küchü-Chocopoder. Irgendwann, ey, 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 ey. Wisch, 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 wisch. Ja. Ja, 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 Gotti. Ja, auf einmal ein Gotti, ne? Ja, Gotti, du kleiner Ey, ey. Ja. Ja, um. Jetzt muss doch schnell gehen, Jungs. Ja, das war's. Er ist wieder abseits geboren, oder? Mach alleine. Mach alleine. Wenn du's weitermachst, bist du bald in Isi oder Dubi. Was ist das? Istanbul oder Dubai. Guck mal, den Ball an. Warum? Was sagst du denn, Leute? Spur, dann stoppt du's. Ja, ja. Ja, Bruder. Tschüss. Nochmal. Ja, Wunderfall. Ein Wundervollen. Oh mein Gott. Oh, Micky, was geht? Oh, das geht, hallo? Oh, Scheiß. Micky, Jagger, Jackson, Alter. Jackson. Ein Wunderfall, guten Morgen hier, die Runde. Moin, Moin. Digga, das kann ich jetzt. Das ist ja wie eine Fata Morgana jetzt. Ey, ref. Ey, Micky Monopoly? Natürlich, jederzeit mehr. Wie war die Nachtschicht? Wie lieb's? Die war geil. Die war geil. Sack geklappt, ne? Oh, hat's am meisten gescheppert? Was sagt ihr? Ich sag, ich sag, Fortnite und Velo. Ja. Ja. Weißt du, das ist ja eigentlich keine, das ist ja hier keine Win-Challenge, die so exotisch ist. Das ist ja eine klassische Win-Challenge. Das ist ja eigentlich sollte das so ein 10-12-Stunden-Ding werden, ein bisschen für den Partner, ne? Dass man ein bisschen länger online bleibt auch. Und daraus wurde echt, ja, das, was es halt hier gerade ist. Ich bin eh, ich bin einfach nur Sporter, Digga. Ja, ist gut. Okay, 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 okay. Sitten hat uns verlassen um zwei Uhr. Willi war auch für uns da kurz. Rohrat war ganz kurz mal für uns da. Also wir haben hier schon ein paar Leute. Ich mach ihn. Boah, ich geb einen Call. Yes. Yes. Sehr gut. Aber Micky, glaub nicht, dass du hier irgendwie ungestraft davonkommst. In zwei Wochen sitzt deinem fett Arsch in deinem Streaming-Zimmer und wird richtig gut bezahlt. Weißt du von wen? Von der Win-Challenge, die World abgebrochen hat. Und zwar sitzen wir dann da zu viert, zu fünft und machen das. Ja, 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 machen wir. Verstehst du das? Was habt ihr denn da noch auf der Liste? Nicht, nur noch das hier und Mario Kart. Nein, nein, ist doch gut. Natürlich kann ich helfen, jederzeit. Muss sie? Gut. Uns fehlen nur noch Mario Kart. Einfach nur, wir müssen, wir drei müssen in die Top 5 kommen. Der Biffle, der lügt. Eli, du musst jetzt Mario Kart probieren, sonst war's das. Ja, ja, Mario Kart. Hier spielt niemand mit. Das Ding ist, ich glaube, mein Controller kann wirklich leer werden und dann haut mich Eli. Dann haben wir ein Problem. Ich mach's jetzt, ich hab die Reise. Also, ich bedanke mich an euch, für euch. Ich kann schon wieder nicht richtig reden. Merth, danke, dass du uns auch geholfen hast. Hau rein, Merth, Liebe. Merth, Liebe. Aus der Übung. Warten hat dich genommen. Warten war wieder ein Jetlag vielleicht. Ich spiel sogar mit einem Mario Kart-Controller. Warte mal, ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier geht. Mit was? Das ist das erste Mal, dass ich mit dem Controller hier spiele. Okay. Okay, ich kenn die Mip nicht. Aber eigentlich ist Mario Kart, das einfach... Ich hatte... Vor Mario Kart hatte ich am wenigsten Angst. Wir mussten... Eigentlich war der Plan, dass wir zu viert... Also, Sidney muss die... Äh... Eldos und ich in die Top 6 kommen. Wir müssen einfach nur in die Top 6 kommen. Scheiße. Das hab ich niemals, ne? Erste Runde. Oh mein Gott. Und dann kommt der Blitz sogar. Genau da, wo ich keinen Blitz hatte. Äh... Keinen Stern. Den muss ich mir erzollen. Ich schieße ihn ab. Dann war die 1. Besonders um 9 Uhr. Na, 80 Stunden. So. Ich auf der 1. 2. Oh. Wo geht's denn hier lang? Geh mir ein Pit. Eine Banane. Ist das ein krasses Wegspiel? Ist das ein Wegspiel? Ich bin... Yo le, yo le, yo le, yo le, yo le. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Dann haben wir's. Ich hab' ihn schon geguckt. Warte. Mach' ich dir fertig. Dann das ist hier wirklich Geld bezahlt. Die kenne ich die Map Ah scheiße Feuer den Lachs nach vorne Vier Pilze Hä? Ich sehe nicht Ich sehe alles nach Gefühl Wie lange sind die Wechsel hier auf meinem Bildschirm? Oh mein Gott Dass ich wirklich noch eine abbekomme Und da nicht mal das Und wieder eine Münze Das ist es Hier sind aber weniger Leute in der Lobby Das heißt Ich muss Top 4 zählt nicht Ich muss auch Top 3 kommen Sonst ist nüchstisch Wovor ich kann eigentlich nicht mehr was dafür Aber Wir machen es trotzdem Dass ich hier so eine Sachen noch nach 20 Stunden mache Um 9 Uhr Ich hoffe dass ihr das anerkennt Vielleicht kriege ich einen für den ersten Ich brauch so einen für den ersten halt Oder so einen Pilz Mit dem Pilz kann man das irgendwie auch dodgen Guckst dir an was ich bekomme Ich weiß es kann 1. Zeiter, 3. und 4. Gut. Dann habe ich mich noch mal gerettet. Was ist denn der da für verrückte Abkürzungen? Wieso habe ich ein 0? Lass es zu Ende sein. Lass es endlich zu Ende sein. Liga, wie lange bin ich denn so ein... Ne. Und dann nochmal auf der 1 beendet, also ganz ehrlich Und dann hier nochmal 1er In der 12er Lobby, also so kann man den Lachs hier beenden Also so kann man den Lachs hier beenden Besser wird's nicht, in den Chat Wir sind fertig Ich werde mich jetzt, hofft ihr hier, ich werde mich jetzt verabschieden Danke auch nochmal an 1&1, dass sie das Ganze hier so supportet haben mit Gewinnspielen Da wird's nachher auf jeden Fall weitergehen mit Gewinnspielen Weil wir nicht alles verlosen konnten, das war zu viel Wir haben unser Bestes getan, wir haben 18 Stunden und 31 Minuten gebraucht Wir sind sehr froh, dass 1&1 unser neuer Hauptsponsor ist Ich hoffe auf eine coole Zeit, das war sehr, sehr geil Bis zum nächsten Mal